Der neue Opel Astra ist ein Auto, das du einfach selbst erleben musst. Denn der neue Astra spricht für sich. Es gibt ihn als Plug-in-Hybrid, Benziner und Diesel. Komplett neu mit innovativen Technologien sowie mit seinem klaren, mutigen Design kannst du den Newcomer seit Mai 2022 selbst testen und Probe fahren. Opel präsentiert mit dem neuen Astra die sechste, komplett neu entwickelte Generation des Kompaktklasse-Bestsellers. Ein echtes Design-Schmuckstück mit Opel Visor, vollständigen Pure Panel und Top-Technologien wie der jüngsten Version des adaptiven LED-Pixel-Lichts. Mit dem Newcomer schlägt der deutsche Hersteller das nächste Kapitel in der mittlerweile 30-jährigen Astra-Erfolgsgeschichte auf. Erstmals gibt es das Kompaktklasse-Modell aus Rüsselsheim, auch elektrifiziert und das gleich in drei Varianten. Opel bietet den neuen Astra sowohl als Plug-in-Hybrid in zwei Leistungsstufen sowie ab 2023 auch als rein batterieelektrischen Astra E an. Dazu kommen Versionen mit hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren in Kombination mit besonders reibungsarmen 6-Gang-Schalt- oder 8-Gang-Automatik getrieben. Damit lässt das Portfolio des neuen Astra in Sachen Antriebsalternativen keine Wünsche mehr offen. Er ist das erste Opel-Modell, das dir als Kunden schon bald die freie Wahl aus reinem Elektroantrieb, Plug-in-Hybrid oder klassischem Verbrenner bietet. Die Leistungsbandbreite reicht dabei von 81 kW 110 PS bis zu 165 kW 225 PS Systemleistung. Souveräne Fahrleistungen sind also garantiert. Rein elektrisch lassen sich die neuen Astra-Hybrid bis zu 60 Kilometer emissionsfrei bewegen. Opel vereint bei der nächsten Generation seines Kompaktklasse-Bestsellers Fahrspaß mit Top-Effizienz und Verantwortungsbewusstsein. Der neue Opel Astra ist auch ein Design-Statement. Dynamischer als jemals zuvor, mit klarer aufregender Linienführung, ohne überflüssige Schnörkel und mit dem neuen Markengesicht, dem Opel Visor. Damit zeigt er schon von außen auf den ersten Blick, der Astra fährt in eine neue Ära. Der Newcomer bringt, ähnlich wie schon sein Vorgänger bei dessen Markteinführung 2015, Innovationen in die Kompaktklasse, die Kunden bislang nur von teuren Fahrzeugen kannten. So debittiert der Astra mit der neuen Version des adaptiven Intellilux-LED-Pixellichts. Das innovative Lichtsystem stammt direkt aus dem Opel-Flaggschiff Insignia und ist mit 168 LED-Elementen führend in der Kompakt- und Mittelklasse. Ein Zeitensprung hat auch im Innenraum der neuen Generation des Astra stattgefunden. Mit dem volldigitalen Pure Panel verschwinden alle Analog-Anzeigen. Stattdessen bietet die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle mit einer frischen, modernen Optik ein intuitives Betriebserlebnis. Dafür nutzen die Passagiere im neuen Astra einen extra breiten Touchscreen, wie ihr vertrautes Smartphone. Die Opel-Entwickler haben dabei großen Wert darauf gelegt, dass der Fahrer alle notwendigen Informationen und alle sinnvollen Bedienangebote erhält, jedoch weder mit überflüssigen Daten noch Funktionalitäten belastet wird. Darüber hinaus lassen sich wichtige Einstellungen wie die Klimatisierung weiterhin mit wenigen Schaltern oder Reglern direkt anwählen. Noch nie war ein Opel so intuitiv und perfekt zu bedienen wie der neue Astra. Typisch Opel ist auch beim neuen Kompakt-Klasse-Modell der herausragende Sitzkomfort. Die in Eigenregie entwickelten Vordersitze sind von der Aktion Gesunder Rücken zertifiziert und mit ihrer vorbildlichen Ergonomie auch auf langen Fahrten wahre Wohlfühloasen. Unterstützt wird der Fahrer dabei von Assistenzsystemen wie dem Front-Kollisionswarner mit automatisierter Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitszeichenerkennung oder Müdigkeitserkennung in jeder Version serienmäßig an Bord. Der neue Opel Astra ist 4,37 Meter lang und 1,86 Meter breit. Damit ist die nächste Generation gerade einmal 4 Millimeter länger als zuvor. Der Radstand wuchs um 13 Millimeter auf 2,67 Meter. Optisch legt der Astra einen sportlichen Auftritt hin, ohne Zugeständnisse im Alltagseinsatz. Das zeigt auch der flexible, mit einem verstellbaren Ladeboden ausgestattete Kofferraum des Fünfsitzers. Hier lassen sich bei ungeklappten Sitzen bis zu 1.250 Liter an Gepäck verstauen. Der neue Astra nutzt die dritte Generation der Multi-Energy-Plattform EMP2. Dieser hochflexible Hightech-Baukasten hat den Opel-Entwicklern alle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Dazu zählt zuallererst, dass der Newcomer, ebenso wie jeder andere Opel auch, bis in die letzte Schraube Autobahn geprüft ist. Kurz gesagt, Fahrspaß und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten zu erzielen, stand ganz oben im Lastenheft der Ingenieure. Die Lenkung und die Seitensteifigkeit des Fahrwerks, vorne mit Mac Pearson-Federbein und hinten mit Verbundlenkerachse, sind auf eine hohe Gierkontrolle, also möglichst geringe Bewegungen um die Horizontalachse ausgelegt. Bei Bremsmanövern packen die Stopper entschlossen zu und der Wagen bleibt sowohl auf der Gerade als auch in Kurven jederzeit spurstabil. Außerdem konnte die Verwindungssteifigkeit des neuen Astra gegenüber dem Vorgänger um weitere 14% gesteigert werden. Der neue Astra wurde am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim designt, entwickelt und wird auch hier mit höchster Präzision produziert. Dein neuer Opel Astra, made in Germany.